Hallo und herzlich willkommen zurück bei Seven Days to Die. Ich habe mal gedacht, ich nehme mal sicherheitshalber die Heimreise mit auf. Wer weiß, was passiert, ich möchte ja nicht, dass euch ein Tod entgeht. Ich weiß, es gibt hier Leute, die wollen das unbedingt sehen. So, warte mal, wer füllt was ein? Ich habe kein Gras mit, na gut. Ich wollte gerade das Grasrohr schmeißen, wenigstens. Aber ich könnte mal das hier reparieren, das hier reparieren, das hier rausgeben und ja. Ganz toll. Trink mal noch was. Danke. Moment mal. Ja, ja, schön. Schön, dass da meist drin liegt. Meist haben wir. Gefühlt haben wir noch 20 Kilometer vor uns. Habe ich eigentlich die Werkbund jetzt schon klärend? Ich glaube nicht, oder? Durch die Vergrößerungs-Mod passen da jetzt auch 23 rein. Oh, cool, ich komme an der Kiste vorbei, das ist ja schön. Da hätten wir Kaffee drin, egal. Da kommen wir noch öfters in der Kiste vorbei, wahrscheinlich. Bei dem Kleiderladen können wir noch kein Erledigt hinschreiben, weil da ist noch so viel Zeug drin. Wir könnten uns natürlich unterwegs noch ein bisschen Holz holen. Steine nicht, wir haben keine Steine im Inventar. Habe ich irgendwas, was Ausdauer regeneriert? Essen. Es wird Nacht. Ich hab's nicht so. Shit. Sieht ihr das da vorne? Das ist ein Wolf. Oh, und das ist ein Hase. Shit. Tütehasen mit einer Schrotflinte. Ich weiß immer noch nicht, wie. So. Ey, ich hab den Hasen mit einer Schrotflinte getötet. Ach, mit einer richtigen Schrotflinte, nicht mit meiner Donnerbüchse. Hm, na gut, dann kann ich die Quest eh noch nicht machen. Lieber Wolf, du kriegst mich nicht mit. Shit, da drüben ist ein Zombie. Der ist mir zu nah, damit ihr ihn auch seht. Da ist er. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Puh. Gut. Und jetzt auch stipple ich noch zu nah dran, oder nicht? Ich bin's bald. Da ist schon das Lager. Wozu musste ich da jetzt reinschauen? Damit ich wieder 15-fach überladen bin. Komm, im nächsten Nest bin ich jetzt noch ein Ei, dann bin ich wieder 16-fach überladen. Ich sehe mein Haus schon. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich bin fast daheim. Und ich lebe noch. Tag 11, ja. Ich muss dann langsam auch wieder Spikes bauen. Warte, irgendwas war mit den Shirten, hat er geschrieben. Hm, ich weiß, war jetzt den Kommentar gerade nicht mehr auswendig. Das musst du noch nachlesen. Ich mach ja am besten nach der Folge. Ab nach Hause. Schön leise. Ich bin zu Hause. Ich hab's geschafft. Ich lebe noch. Hei, 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 hei. So. Oh, Totale, glaub ich, hab ich woanders hin dann. Ich habe 8 Essits. Essits ist super. So, das, das. Ich hab hier wirklich nur... Okay. Ja, da hab ich Autoteile. Und Muni. Die Brille setzen wir auch auf. So. Ja, 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 ja. Jetzt könnten wir theoretisch auch noch Fahrräder und so weiter lernen. Gut. Ähm... Wie viel Eisen haben wir? 49. Das ist nicht viel. Könntest du mir bitte noch Eisen herstellen? 13 Stück ist auch nicht viel. Könntest du bitte das hier noch weiter schmelzen? Und Lehm bekommst du natürlich auch noch von mir. Gar kein Problem mehr, lieber. So. Okay, was bräuchte ich jetzt? Rezepte. Ich kann eine Chemiestation bauen. Sag mir jetzt nicht, ich hätte Werkbank schon langes bauen können. Achso, ich hatte ja keinen Schraubenschlüssel. Muss ich meinen einzigen Schraubenschlüssel hergeben? Egal. So, was brauche ich? Für die Chemiestation brauche ich definitiv noch das hier. Was noch? Drei Kochtöpfe. Oh, und Eisen. Gut, die Kochtöpfe könnte man's machen. Das bräuchte ich für den Zementmischer. Schraubenfedern und Motor. Oh, ich hab keine Schraubenfedern. Ich habe echt keiner. Autsch. Okay. Ich weiß, in irgendeiner Kiste liegen welche. Da liegen sie wohl wahrscheinlich verdammt gut. Sicher. Okay. Okay. Dankeschön. So, ich hab' Mais. Ich hab' Kartoffeln. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' Wasser. Okay. Okay. Was könnte ich kochen? Okay. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich muss noch ein bisschen warten. Die Schaufel hier könnten wir eigentlich scrappen. Den Patronumgurt könnten wir natürlich anlegen. Okay. So. Nein. Blech. Okay. Gut. Aber ich hab' noch kein Auto gelernt, oder? Ne. Machen wir nicht. Kann ich irgendwelche Teile, wie zum Beispiel Mini? Ne, kann ich nicht. Gut. Kann ich ein Bicycle, ein Fahrrad? Nein. Einen Truck auch nicht. Ein Motorrad? Ich könnte das Motorrad Fahrwerk, aber das bräuchte Stahl. Und ich hab' keinen Lenker. Mist. Taschenkleidungs-Mod. Wie schaut's denn bei meiner Kleidung aus? Ich könnte eins, zwei... zwei Mal Mods machen für... Stoffhützen, Klebebond, Leder. Okay. Ich sollte dann vielleicht noch mal Kleber herstellen. Ich kann jetzt... ... ... ... ... ... Die Isolierungsmatte macht Dämmung vor der Kälte. Kannst du mir zwei Kochtüppe machen? Zäure und Eisenrohr. Und noch mehr Eisen. Sehr gut. Und zwar, daran müsste die passen. Und daran müsste sie auch passen. Daran eigentlich auch, also könnte ich noch eine davon brauchen. Abschließen. Neun Stück bräuchte ich noch, Leute. Anziehen. So. Passt in die Brille was rein, ich glaube aber nicht, oder? Nein. Die Farbe rosa könnte man zumindest raus tun. Oh Gott. Da bin ich voll dafür. Ich bin hier auf 98, da kommen zwei Stück noch. Dann könnte man sogar Schießpulver herstellen und billiger Kleber. Billiger Kleber wäre schon cool. Und zwei noch. Und zwei noch. Kann man den Blasebald nur noch finden? Ich weiß gerade nicht. Fortgeschritten an dem Blasebald könnte man schauen. So, machen wir eine Chemiestation. So. 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 Es dauert 10 Minuten, bis sie fertig ist. Okay, gut, dann da wird das eine Beile. Moment, das Eisen nicht, das auch nicht. Da rein. Okay. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und dann bauen wir da draußen ein bisschen weiter und schauen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Level kriegen für ein Minibike oder sowas. Ich möchte mir jetzt gar kein Fahrrad bauen, sondern es geht gleich mal eins über Springer. Was ich noch schauen könnte, kann ich einen Schraubenschlüssel? Kann ich, wenn ich zwölf geschmiedete Eisen habe. Gut, also wir machen uns jetzt 13, dann können wir einen Schraubenschlüssel auch noch machen. Ich sage mal Tschüss, Papa. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.